Außer dein Dingensraum ist wieder im Weg. Jetzt bin ich rausgegangen, hab Zuckerrohr gefarmt, was ich sowieso nicht machen wollte, und bin wieder reingegangen, obwohl ich Holz holen wollte. Das war jetzt sehr schlau. Na klar. Ich überleg mir in der Zwischenzeit, was wir da tun könnten. Mach das. Mir fällt nichts ein. Ja, hast ja viel überlegt. Was für Tränke können denn nützlich sein? Also, ähm, irgendwie, also, äh, Health-Tränke natürlich. Können sonst noch irgendwelche Tränke nützlich sein, wenn wir jetzt irgendwie einen Wither oder einen Ender-Drachen so bekämpfen? Naja, ich weiß nicht. Tränke oder so brauchen wir ja echt nicht, weil den verwenden wir ja nicht dann. Feuerresistenz wäre gut für den Nether. Ha, das stimmt allerdings. Maxl, kann es sein, dass du irgendwie chillige Musik hörst oder so? Ja, hab gehört, aber jetzt nicht mehr. Schau, das hört man halt. Das finde ich scheiße. Ja, macht doch nix. Solange es nicht copyright-technisch irgendwie Probleme gibt, habe ich da nichts dagegen. Was greift ihr mich denn jetzt bitte an? Hängt halb im Boden, aber meint sich aufmucken zu müssen. Ich hasse solche Leute. Ja, echt, man. Vor allem so viele kennen wir auch jeden Tag, immer. Immer direkt aus dem Back raus, vom Boden aus. Schrecklich. Wie jeden Tag, ne? So, Farming. Wo sind die Tränke da? Ha. Oli. Wir müssen uns echt mal einen Grasblock cheaten, damit das hier mit dem Gras schneller vorangeht. Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das im Moment. Funktioniert das hier nicht. Nein, wir werden uns keinen Grasblock cheaten. Ne, du wirst uns einen Grasblock cheaten. Stimmt nicht, wir. Du kannst dir eine Spitzhacke mit Glück verzaubern, dann kannst du dir einen abbauen. Echt? Ja. Moment. Du brauchst halt Level 30 und extrem viel Glück. Aber, ne, nicht Glück, sondern Silk Touch, meine ich. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Boah, kann man so sagen. Dann kann man aber auch Spawner abbauen, oder? Ne, nicht mehr. War früher so, haben sie aber geändert. Wie viel Schaden hat, macht er nochmal einen Golden Sword? Äh, wenig. Obwohl, naja, schadenstechnisch schon nicht schlecht, aber es hält halt nicht wirklich sehr lange. Um genau zu sein, hält es genauso lange wie ein Holzschwert. Glaube ich. Ne, ich glaube, kürzer, oder? Kann doch auch sein. Auf jeden Fall nicht sehr lang. Ich hasse Riesenbäume, wo dann irgendwo noch Holz hinter den Blättern versteckt hängt. War's das? Nein, da hängt immer noch ein Fitzel. So, ist mir jetzt egal. Aber es droppen einige Setzlinge bei den Bäumen. Finde ich gut. Können wir schön anpflanzen. Und es wird sofort wieder dunkel, juhu. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Hm. Aber egal, ich habe schon, ich glaube, fast zwei Stacks, ja, fast zwei Stacks Holz. Sollte reichen. Pures Holz. Wer hat's gefunden? Ich schlafe mal bei dir. Kannst du machen. Solange du bei, ist alles in Ordnung. Hehe. So. Ich bin nun jetzt gerade ziellos. Ich weiß nicht, was soll ich tun? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Zur Not entweder Wuterskelette farmen, meinen gehen oder, ähm, irgendwas anders farmen. Holz zum Beispiel. Ich strenge meinen Kopf an, ich überlege gerade. Das könnte der letzte Raum sein. Irgendetwas nicht total unnutzloses, aber... weg. Weg. Ähm. Ah ja, Andi, ich mach dir deine Pistons. Gut. Gut. Ich komme weg, da wieder. Fünf Stück wolltest du, ne? Und wie war's? Fünf Stück könnte ich antworten. War wunderbar. Sehr erleichternd. Ja, immer vergesse ich irgendwas. Ich hab mir überlegt, was ich geil fände. Das wäre so richtig schön detailgetreu. Beim Kacken hast du dir das überlegt. Ja, genau. Äh. Finde ich gut. Wenn wir quasi, wenn ich quasi noch so, oder wenn wir noch so ein, ja, so ein Abwassersystem irgendwie was hinten, so am Berg hinten rausgeht, wo quasi der ganze Schund theoretisch rausfließen würde, wenn man in Minecraft kacken könnte. Das wäre schon nicht schlecht. Müsste mal einen Mod für machen. Genau, in Minecraft kacken. Gab's da nicht irgendwie was mit ihm? Minecraft Morialism. Leute, äh, Andi, du brauchst Sticky Pistons, ne? Oder normale? Das sind Sticky Pistons. Sticky. Ja, okay. Aber wir haben relativ viel. Ja, ja, ich weiß schon. Wolltest du nur wissen. Ich bring sie dir runter. Brauchst du sonst noch irgendwas? Bring mal noch ein bisschen Redstone mit auf alle Fälle. Und, aber die kann ich selber machen. Ein Redstone im Inventar. Aber wir haben noch welches im... Holy shit, was ist gerade... Computer, jetzt nervt mich nicht. Wie macht man einen Button? Und ein Cleanstone. Oh, mein meinst. Ich kann dir auch Buttons machen. Ich hab Cleanstone dabei. Nee, ich hab auch selber. Also passt schon. Holzbuttons gibt es jetzt auch, die kann man mit Pfeilen und so aktivieren. So, hier erste Pistons und hier erste Redstone. Jungs, was los? Mein Minecraft starten sich nicht mehr. Beende mal den Prozess. Hab ich schon. Ich hab schon geguckt, es ist gar kein Minecraft-Prozess mehr in Gangl. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Start's ein paar Mal neu und warte einfach ein bisschen. Okay, jetzt muss ich überlegen. So. Äh, Andi, ich hab mir noch überlegt, sinnvoll könnten, also an Tränken, sinnvoll wären Heiltränke, Regenerationstränke und Feuerresistenztränke. Ja. Und vielleicht auch noch, wohl Stärketränke, wär vielleicht auch nicht schlecht. Aber irgendwie so Schwächetränke zum Werfen ist, wär nicht so gut, weil, wenn es jetzt irgendwie auf Mobs geht, die schwach zu machen, das können wir jetzt eher, ist eher wahrscheinlich, dass wir uns selber treffen damit. Ja, das stimmt. Also, Stärke, äh, okay, erstmal, was brauchen wir? Heilung brauchen wir, okay, wir brauchen Melonen, alles klar. Okay, gar, ich weiß nicht so recht. Hm, ach so kann ich so. Welche sind das hier? Dann fließt's. Hier so weg. Okay, wir brauchen Netherwarzen und hier brauchen wir Netherwarzen, Magma, Cream, Redstone, das. Okay, Feuerresistenz können wir machen. Regeneration können wir einen machen bis jetzt und Trank der Stärke können wir, brauchen wir alles awkward dafür, okay. Fuck it. Trank der Stärke 2 können wir auch machen, okay. Dann brauchen wir noch Netherwarzen zum gescheidenen anbauen. Ah, die haben wir da unten angebaut. Ah, sehr gut. Dann nehme ich das Zeug hier schon mal mit. Ähm. So. Oh Gott, das kann das ich glaube, das wird impossible. Für dich oder generell? Nein, ich, ich, das ist, ja, doch, es ist gar nicht so impossible. Das ist gut. Also, jetzt, jetzt ist mir nämlich gerade ein Plan, Plan eingefallen. machen wir nämlich einfach hier, hinten, das Ganze mit Redstone. Und hier zwei runter, da zwei runter. Kompliziertes Klo. Oh ja. Brauchen wir für irgendwas das Spinnenauge? Ne, brauchen wir nicht. Also, was brauchen wir alles? Wir brauchen Netherwarzen, Glistering Melon, Magma Cream, Gas-Träne, Blaze-Powder, Redstone, Glowstone hatten wir glaube ich schon oder nein, Glowstone. Ja, das sind sieben Sachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, super, hier kommen fertige Tränke dann rein, wahrscheinlich. Okay, dann haben wir, hier sind Flaschen. Du Flasche. Bitte, boah. Okay, hier können wir das rein tun, also hier Nether-Zeugs, Pulver und Creme und Creme und dann können wir hier Glowstone Dust und Redstone Dust rein tun und hier können wir dann noch, was war das noch? Netherwarzen und was war's, was war's? Glisting Melon glaube ich war das genau. Netherwarzen und Melonen. und sind die Kisten belegt. Hier hinten können wir dann noch die Gas tränen und vielleicht noch irgendwas. Oder hier tun wir nur die Melonen rein und da hinten noch den, ich hole erstmal Netherwarzen. Was ist hier drüben? Von denen fast keiner ausgewachsen ist. Die da hinten, oh. Die droppen alle nur eine, die da hinten müsste mehr droppen. Obwohl, da haben wir schon mal sechs. Soll ich uns mal ein paar Tränke brauen? Immer. Okay. Dann ist es. Hier kommen noch Redstone rein. Gut, da fehlt uns dann halt für den Trank. Brauchen wir noch Melonen. Die müssen wir uns auch noch irgendwann holen. So, warte mal. Ich bin gut dabei. Warte, jetzt mache ich einen Knopf hin. Wieso geht das jetzt nicht? Was muss man machen, damit so diese Sticky Pistons aktiviert werden? Einfach eins daneben und dann, dass es so leuchtet, oder? Redstone muss an sein, damit er aktiviert ist, ja. Ja, aber irgendwie habe ich jetzt quasi... Warte, ich komme mal runter und schaue es mir an. Okay. Geh am besten hinten durch den Wartungsraum. Da ist so eine Tür. So, ja. Schau, jetzt drücke ich hier. Wenn du drückst, geht es an, ja. Aber dann geht das nicht hoch. Du musst den Redstone einen Block weiter oben verlegen. Warum das? Weil er sonst nicht zu den Pistons direkt connectet. Sonst müsstest du ihn... Oder warte, nein, warte. Machen wir es anders. Warte. Wir graben hier einfach noch eins weiter hinter. Okay. Und dann machst du es so, dass der Redstone so direkt auf den zugeht. Hast du noch Redstone? Ja. Mhm. Ja.